Ich mach dich gesund und ich mach dich reif! Versucht mal kalt zu duschen, denn kalt duschen kann das Immunsystem stärken, kann die Durchblutung verbessern und durch diesen Kältereiz können auch Endorphine und Glückshormone ausgeschüttet werden. Außerdem macht kalt duschen dich reif. Nehmen wir mal an, du duscht 8 Minuten, kostet dich das bis zu 1,38 Euro. Und jetzt überlege, du hast einen Haushalt mit 3 Personen, dann kostet dich nur heiß duschen 1.555 Euro im Jahr. Wenn du hingegen kalt duscht, ich gehe davon aus, das machst du nicht 8 Minuten, sondern das machst du ca. 3 Minuten, kostet dich das im Jahr 65 Euro. Das heißt, du sparst im Jahr ca. 1400 irgendwas Euro und davon kannst du ja keine Ahnung. Einmal mit dem Lindner essen gehen.